herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal sorry dass jetzt seit fast einer woche glaube ich kein video mehr online kam mir geht es momentan nicht wirklich gut ich bin momentan echt nicht guter dinge und das möchte ich damit jetzt auch nicht daran setzen dass ich keinen bock mehr habe aber sagen wir das mal so wenn ich ein spiel anfange macht mir irgendwie das spiel kein keine wie soll man sagen macht mir irgendwie wir kennen das mit zeit man fängt ein game an beendet das direkt nach minute wieder weil es für einen langweilig ist und das ist halt das bei mir sobald ich ein game anfange finde ich das game irgendwann stinklangweilig gehst ins game denkst bohr geil spielst du eine runde auf einmal sitze oder so denkst dir warum spielst du dieses scheiß game dann beendest du das game halt wieder und das ist halt das was bei mir wirklich so ist dass ja ich habe halt momentan bin ich sowieso nicht so gut drauf und das möchte ich nicht daran setzen dass ich jetzt keine video videos mehr produziere das stimmt nicht aber ich bin momentan echt traurig ab und zu und ich möchte jetzt auch nicht weiter ins detail gehen aber ich habe halt das so dann dass ich dann einfach keine lust mehr habe irgendwie ein game aufzunehmen zum beispiel omzi roblox was weiß ich gehst ins game denkst denkst nimmst du mal ein schönes video jetzt auf und bist im game und denkst dir ne hast keinen bock das game aufzunehmen verlässt das game wieder bei mir fehlt mir fehlt so die richtige lust zum spielen ich habe momentan echt keine lust mehr auf nix ich habe keine freude mehr am spielen wie ich das vorher hatte ich habe nicht mehr freude am video aufnehmen und ich versuche das zu überwinden dass es mir dann später besser geht dass ich dann so mache dass es mir dann wieder komplett besser geht dass ich dann wieder bock habe games aufzunehmen für euch vorzuproduzieren produzieren hochladen schneiden was weiß ich aber dass ich momentan gar keine lust habe auf gar kein game das ist echt gerade das ist ein sinn den ich jetzt gerade wirklich nicht verstehe aber da es leider so ist werde ich das erstmal so zurückschrauben mit dem game aufnehmen keine sorge es werden weiterhin videos kommen aber ich habe momentan nicht wirklich die große lust um für euch ein game aufzunehmen und vorzuproduzieren ich hoffe ihr seid mir das nicht böse und wenn ihr video vorschläge habt könnt ihr sie mir gerne per discord senden ein discord server ist unten in der video beschreibung verlinkt oder ihr schreibt es mir in die kommentare lasst gerne eine positive bewertung da lasst einen daumen hoch und ein abo würde mich sehr sehr freuen haut rein also werdet ihr euch ein film fit bis dann mit rein ciao leute tschüss in der sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through through you 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018